Ausfahrt TV Tuning wird euch präsentiert von Sonax. Hallo und herzlich willkommen zu Ausfahrt TV Tuning, unserem Tuning-Format von uns für euch, aber vor allem auch mit euch. Und ich müsste lügen, wenn ich sage, Daniel hat sich auch beworben. Stimmt nämlich nicht, ist unser Pilot. Und Daniel, habe ich tatsächlich gefragt, sag mal, so nicht mal Bock, dein Polo vorzustellen. Aber bevor wir den Polo vorstellen, stellst du dich jetzt erst mal kurz selber vor. Ja, ich bin Daniel, 31, komme aus Bielefeld, gelernter Craftset Nechatronica und das ist mein Polo. Und das ist ein Polo, ist eigentlich ein Polo 9N1 mit einem 1,2 Liter Motor an 54 PS. Das war er zumindest mal. Doch was der Daniel daraus gezaubert hat, das schauen wir uns jetzt mal an. 3, 2, 1, los! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich hab schon ein passendes T-Shirt an, Make Tuning Great Again und ganz ehrlich, ich finde das ist doch ein großartiger Polo. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen, fangen wir mal beim Motor an. Ich hab vorhin gesagt, 54 PS war noch mal drunter, was haben wir denn da jetzt versteckt? Mittlerweile ist da die 9N3 Maschine vom Polo GTI drin, 1,8 Liter, Turbo aufgeladen, 4 Zylinder, 5 in Tierkopf, quasi die gute, alte, renommierte Audi-Technik. Ja und er macht auch dieses geile Turbo-Geräusch, wenn er dann schaltet und in den Lastwechsel kommt. Wie viel Leistung hat er denn jetzt? Auf der Rolle war er noch nicht, das soll jetzt die Saison passieren, wir gehen mal von aus so 230 ungefähr. Jetzt hat er gerade schon gesagt, wir. Ich weiß, du hast viel, viel selber geschraubt, aber du hast auch viele Kumpels, die kannst jetzt auch ganz schnell mal grüßen und Danke sagen, aber wenn du sagst, wir, wer ist wir? Wir sind die Low Society und großen Dank auf jeden Fall an Stefan für die ganzen Schweißarbeiten. Er hat mir sehr geholfen, auch fürs Lackieren, Dominik natürlich, Sebastian und alle, die dabei mitgeholfen haben an diesem tollen Projekt. Und ich glaube, er hat eine Dame vergessen, nämlich seine Freundin, die wahrscheinlich ihn oft vermisst hat. Fangen wir weiter an. Normalerweise rollt so ein Polo auf 14, 15 Zoll. Ich habe gerade nachgeguckt, das sind 18 Zöller. 18 Zoll auf dem Polo. Warum? Ja, wie eben schon angesprochen, die Leistung, also mit 14, 15 Zoll werden die 230 PS nicht auf die Straße zu bekommen, da müssen schon mindestens 17, 18 Zoll, je nachdem. Du hast hier 8x18 Royal Turbo drauf, da musstest du aber einiges für machen, oder? Ja, also gezogen, Kanten umgelegt, musst du natürlich auch wegen der Tieferlegung gerade. Ja, Tieferlegung, guter Stichpunkt. Fahrwerk ist natürlich auch nicht mehr original. Was ist hier verbaut? Das ist ein Konig-Gewindefahrwerk, Härte verstellbar, noch ein paar Domstreben vorne, oben, unten und natürlich später der Überrollbügel, was alles zum Fahrwerk, zur Fahrstabilität passt. Das heißt also, für dich ist nicht nur die Optik wichtig, sondern tatsächlich auch die Veränderung vom Fahrzeug an sich? Ja, das Individuelle. Also ein Auto kaufen kann jeder. Aber ich würde ganz gerne mein Auto so bauen, wie ich es mir vorstelle. Und das ist halt daraus geworden. Ich weiß, der Daniel hat es mir vorhin nämlich verraten, der hat den Wagen tatsächlich schon seit neun Jahren und zwar war das sein erstes Auto, was er quasi hatte, als er noch Auszubildender war und damit immer zur Werkstatt gefahren ist. Und dann hat er peu a peu den Wagen immer wieder verändert und ich kenne den Daniel schon ein bisschen länger. Das heißt, ich kenne den Wagen auch schon ein bisschen länger und der verändert sich quasi wöchentlich wie übertrieben. Aber einmal im Jahr sieht das schon anders aus, oder? Definitiv. Also pro Saison. Man will ja auch immer auf den Treffen Veränderungen reinbringen, man will ja auch nicht immer dasselbe zeigen. Also deswegen kommen da schon jeden Winter zur Schrauberzeit natürlich immer neue Sachen. Jetzt hatten wir gerade gesagt, vorne der Motor, dann haben wir das Fahrwerk und die Felgen erwähnt. Im Interieur, da hast du auch eine ganze Menge gemacht. Magst du noch was ein bisschen zu schildern? Ja, serienmäßig war das ja eine Trendline-Ausstattung, null Ausstattung, keine E-Fenster, nichts. Und mittlerweile haben wir eine Lederausstattung drin, elektrische Fensterheber, Sitzheizung. Also allen Schnick-Schnack-Komfort, den man sich so ein bisschen wünscht. Und neben dem schönen Klang von dem 1.8er Turbo hast du auch noch eine Anlage verbaut. Kannst du da nochmal ein paar Key-Fakten raushauen? Ja, da ist eine Rockford Fosgate Endstufe drin mit einem Alpine Doppel-Din-Radio, ein Powercap drin, zwei 25er Subwoofer, das ist eigentlich so ein Alpine-System vorne noch. Und dann hast du drei Monitore an Bord, richtig? Das ist richtig, einmal in der Head-Unit und zweimal in den Kopfstützen hinten nochmal. In den hinteren Kopfstützen, aber wer kann denn da was sehen? Das ist eigentlich für uns, wenn wir auf Treffen, Messen, Ausstellungen fahren, dass wir uns da mal einen Film angucken, damit wir nicht so viel rumlaufen müssen oder sowas. Ja, am Auspuff selber hast du auch was verändert, aber den sieht man nicht. Man hat hier kein sichtbares Endrohr, finde ich persönlich sehr schön, denn ich mag ja cleane Fahrzeuge. Aber am Klang da ist, das ist nicht original. Nein, das ist nicht ganz original, dass es quasi die ganze Auspufferlage ist geändert. Es ist ab Turbolader 2,5 Zoll mit einem Hi-Hert S SportCut und mit einem Supersport Endschalldämpfer und wie du schon angesprochen hast mit einem TTI Endrohr. Ich wollte da hinten die cleane Optik beibehalten, gefällt mir ganz gut so. Apropos cleane Optik, du hast den Heckwischer weggecleant und hast dafür eine Rückfahrkamera montiert. Brauchst du die? Eigentlich nicht, aber das Loch in der Heckscheibe war da, wie gesagt, die cleane Optik wollte man halt beibehalten. Wenn das Loch schon da ist, kann man das natürlich für einen Vorteil nutzen und da ich das noch nie gesehen habe, dass jemand eine Rückfahrkamera in der Scheibe hat, habe ich das gebaut. Habe ich nämlich vorher auch nie gesehen, habe ich ihn direkt darauf angesprochen. Ich so geil, Rückfahrkamera, erste Frage, brauchst du die zweite, aber warum eigentlich nicht? Wenn man es kann, warum soll man es dann nicht machen? Und ich finde, den Polo hat er wirklich fantastisch umgebaut. Er ist eine ganze Menge Schweiß, glaube ich, reingeflossen. Über Geld wollen wir ja nicht reden, denn wir wollen ja nicht gleich weinen, aber eine ganze Menge hat er da auf alle Fälle gemacht. Daniel, wir bauen ja unser Format immer gleich auf, Ausfahrt TV ist ja auch immer gleich und so haben wir uns überlegt, neben der Vorstellung von dir und dem Fahrzeug stellen wir euch auch immer noch zwei Fragen. Die Frage eins ist, dein absolutes Traumauto. Da ich ja auch bei Nissan arbeite und schon viel mit der Tuning-Szene erlebt habe und also es ist natürlich ganz vorne der Nissan Skyline R34 GTR am besten in Bayside Blue, aber ich glaube mittlerweile sind die Preise so gestiegen, das wird man sich glaube ich nicht erlauben können. Ja, aber so werden ja auch quasi Traumwagen zu Traumfahrzeugen, wenn die Preise irgendwann steigen. Im Thema Klassik, hast du da auch irgendeinen, so ein Klassik, Oldtimer, Youngtimer, sowas in dem Bereich? Ja, das finde ich ist ein schwieriges Thema, da gibt es viele früher, es wurden wirklich gute Autos gebaut und so ein DeLorean wäre natürlich mal was ausgefallen, das ist exot, aber ich denke, demnächst werde ich mich auch ein bisschen in die Klassik-Szene wagen, vielleicht kommt ja mal ein Golf ans Cabrio oder so. Die steigen übrigens auch schon in den Preisen, da muss man nämlich aufpassen. So, das war auch schon die erste Folge von Ausfahrt TV Tuning, wenn euch das gefallen hat, gerne mal ein Like da lassen, wenn ihr Fragen habt, auch an Daniel, an seinem Umbau, einfach mal unten kommentieren, ich weiß nämlich, dass der Daniel hier zuschaut und vor allem auch mitliest und sicherlich auch eure Fragen beantwortet und wenn ihr gerne auch mal Teil von diesem Projekt sein wollt, ja dann einfach mal bewerben, mit einem Foto von eurem Fahrzeug, ein paar technischen Daten und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, bis dann, euer Jens, ciao. Jens, ciao. Jens, ciao. Jens, ciao. Jens, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020